So, jetzt sehen wir uns nach zwei Jahren wieder in Dingolfing. Das war ja die erste Wand, die wir gebaut haben. Und wie seid ihr zufrieden? Wir sind sehr zufrieden. Wie man sehen kann, nach zwei Jahren, wir haben jetzt nur die Würfel um 90 Grad gedreht. Wir haben schon einige kleine Einschusslöcher, die von den guten Schützen dann eben gemacht worden sind. Aber wir haben sehr, sag ich mal, 20.000, 30.000, 40.000 Schuss mindestens drauf. Und denke mal, das sind noch zwei Jahre halt. Das ist wesentlich mehr als 40.000 Schuss. Wir haben also Würfel, wo auf einem Würfel bis 40.000 Schuss sind beim WCUO Wien. Und hier, geht ihr einfach hin und versetzt die Auflagen immer ein Stück. Das ist ganz normal, die Punktschützen, sag ich, also die Wettkampfschützen, die schießen immer in ein Loch ran. Egal welches Material. Also da einfach nur hinwehen und ein Stück weiter setzen. Ich würde sagen, wir hätten noch mal zwei Saison. Ich hoffe es auch. Ja, ja, ich hoffe, dass es dann kaputt ist, dass wir wieder neue Würfel verkaufen haben. Ich danke dir vielmals. Danke auch.